Hallo, hier ist Martin von Manne Mankees, das ist die DAX Analyse für Freitag, den 5.6.2020 und unser DAX hatte zum Vortag hier Abschluss Freifahrtschein für Bären. Da scheinen ein bisschen die Magazine alle gewesen zu sein, ja. Der hätte jetzt hier ordentlich Feuer verschossen, ist aber zum Donnerstag jetzt erstmal zumindest auf der Oberseite nicht mehr aktiv gewesen, ein bisschen unten rausgeschossen, aber wir gucken uns auch gleich, abschreiben darf man noch nicht, definitiv noch nicht. Die Tage kennen wir gut aus den letzten Wochen, ein bisschen nach unten rumgeeiert, ne. Wir erinnern uns an hier, wir erinnern uns an hier, wir erinnern uns an hier. Da haben wir oft genug gesehen, dieses leichte, flache Abgleiten, dieses Abgleiten unter starken Hoch- und Runterschlägen, ne. Sei das hier gewesen durch, hab ich schon wieder vergessen, Hongkong. Sei das jetzt hier durch die EZB, dieses auf der Stelle hohe Volumen, ohne dass sich wirklich ein Abwärtstrend entwickeln kann, gefährlich. Weil letztendlich kann er aus dem heraus natürlich, das ist das gleiche Muster wie hier und da und kann ja auch weiter zurückscrollen, haben wir oft genug gesehen die letzten Wochen. Kann sich natürlich auch oben raus wieder neuen Schmackes holen, neuen Schwung holen, neue Fantasie holen und dann hier die nächsten Ziele abarbeiten. Das heißt, den Bereich lassen wir oben auf jeden Fall mal noch aktiv, falls jetzt hier zum Freitag ein schöner Schub kommen sollte. Zum Donnerstag haben wir gesagt, soll er eher mehr um die, ich glaube 480, 460 haben wir gesagt, ne. Ne, 480, 500 war so ein bisschen Mittelpunkt, um den er pendeln sollte. Das hat er eigentlich getan, auch wenn er eher unterseitig von der 480, 500 war. Er ist ja wirklich mehrfach da auch dran gewesen. Immer wieder nach unten abgestoßen. Die 370 war uns wichtig, die 325 war uns wichtig. Alle beide recht gut reagiert, ne. 370 sehr, sehr punktgenau angelaufen. 325 sehr gut angelaufen. Bollinger bin da so eine aufwärtsgerichtet. SMA 20 aufwärtsgerichtet. Sehr flach, eher fast eine Flacke. Das heißt, so richtig nach unten können wir noch nicht dichten. Dennoch sollte man auch am Freitag aufpassen, wenn er unter die 320 geht. Dann hält er schon auf der Unterseite Platz, die 270 anzulaufen. Um gegebenenfalls dann da auch ein bisschen durch zu flutschen. Ich würde deswegen hier so einen kleinen Short Trigger einfach mal mit reinnehmen. Auch wenn der natürlich mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, weil hier einfach die 270 liegt, die gut supporten kann. Aber dass unser DAX eben dann schon hier noch ein Stückchen runter gehen kann. Wir haben hier auch weiterhin nicht wirklich Unterstützung. Das heißt, das sind dann hier die Bereiche um 12,165, 12,80, 12,40, die dann da wichtig wären. Aber ich würde deswegen trotzdem wie so eine Art kleinen Short Trigger mit ransetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das Bollinger Band jetzt zum Folgetag, so steil wie es ansteigt, hier dann auch ungefähr sein wird. Und dann wäre das doch ein schöner Anlaufzone für den DAX, wenn er fällt. Sollte nicht fallen, ist hier noch nichts negativ. Also wir haben eine erste rote Tageskerze im Chart, das ist schon mal gut. Für alle, die ihn tiefer sehen wollen, ist das gut. Aber da muss mehr kommen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Es sind ja noch zu viele Käufer drin. Das haben wir noch gesehen. Also das sind immer wieder, haben immer wieder welche den Markt hochgekauft, immer wieder reingestiegen. Deswegen, ich finde ganz interessant, wie die Amerikaner jetzt auch dastehen. Die haben wir heute auch im Premium-Dienst da nochmal in der Mail mit rumgeschickt. Ich finde, es ist eine interessante Situation. Auch so mit der Beobachtung vom Sentiment. Also ich persönlich habe alles, das, was ich in den letzten Wochen immer gesagt habe, was ich sehen will, das ist alles da. Nun muss er nur nach unten halt auch ein bisschen Signale bringen halt. Eine schöne Umkehr bauen und so weiter. Dafür kann er sich Zeit lassen. Dafür kann er sich sogar fast eine ganze Woche Zeit lassen. Also der darf sogar hier oben jetzt einfach eine Woche zur Seite schieben. Das wäre völlig legitim. Und deswegen, wir haben auch heute das sehr intensiv immer wieder im Dienst betont, dass es ein typischer Seitwärts-Tag ist. Solange er bestimmte Kriterien nicht erfüllt, muss auch mit Seitwärts gerechnet werden. Und da muss man vorsichtig sein. Wenn man nicht auf Seitwärts eingestellt ist und noch in Trendstimmung ist und es wechseln sich immer, Trendbewegungen wechseln sich immer mit Seitwärtsfassen ab. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Es ist gefährlich, weil dann gehen sie hier unten short und gehen hier oben long und stoppen sich immer wieder in der Mitte aus. Das soll nicht passieren, wenn man sich ein bisschen auf, oder es passiert ihnen nicht, wenn sie sich auf Seitwärts einstellen. Und ich würde schon sagen, solange wir hier drüber notieren, auch zum Freitag, bestenfalls einfach noch ein bisschen Seitwärts einplanen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das oben raus nochmal probiert. Vielleicht aber oben raus dann auch nicht glücklich wird. Vielleicht die 6,40 mal noch holt, die wir jetzt hier zum Donnerstag stehen gelassen haben und ein bisschen zurückrutscht. Grundsätzlich bleibt aber das hier oben ein attraktives Ziel. Also sehen wir Stärke, sehen wir wieder Kraft. Denken Sie da dran, das waren immer wieder die gleichen Situationen hier. Es ist immer wieder ein starker Trend, das ist das gleiche Muster. Solange der das nicht sichtbar macht, sichtlich fällt, kraftvoll fällt, nehmen die Leute halt auch nicht die Gewinne mit, die großen Jungs, die, die die Kurse tatsächlich bewegen. Wenn die sehen, ist es doch stabil hier oben, dann verkaufen die nicht. Und wenn die nicht verkaufen, fällt der Markt auch weniger. Also der muss wirklich prägnante Signale setzen, der muss wirklich markant fallen. Dann fällt er auch weiter. Und wenn er da oben nur zur Seite rumschrammt, gehen sie eher davon aus, dass er seitwärts mit Sticheleien nach oben zum Freitag ihn da eben nochmal mit reinstellen kann. Also das noch auf dem Schirm haben, nicht zu viel gleich wollen, nicht zu erdrücken den DAX, geben sie dem ein bisschen Raum, geben sie ihm auch Zeit, die Sachen zu erfüllen, die sie haben wollen. Nicht aus Langeweile einfach zu viel drin rumfummeln. Also das dazu, mehr kann ich Ihnen hier gar nicht sagen. Das ist hier so ein bisschen jetzt hier so Staubzone, Zeitwärtszone. Ich würde mal so sagen, im weitesten zwischen 6,40 und 3,25, 3,70 sollte man schon noch ein bisschen so mit Zeitwärtsströmung rechnen. Pro Zyklisch könnte das schwierig werden, auch wenn natürlich auf der Long-Seite sich hier Chancen bieten. Aber die kann man auch sich versuchen reinzuholen, wenn er tiefer steht. Also haben wir heute auch gesehen, hat auch jemand gefragt, hier Martin, jetzt wenn er über 4,80 geht, kann man dann longen? Da habe ich auch im Chat dann geschrieben. Der ist ja kostenlos auf unserer Seite da. Zu sehen kann er hier da drin rumquaken, wie er möchte. Also nein, nicht wie er möchte, nach unseren Regeln. Meine Seite, meine Regeln, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich möchte es nicht, dass das so eine Pöbel-Chats wären, wie sie so woanders gehandhabt wären. Wo sogar zig Moderatoren drinnen sitzen und alle einfach nur zugucken, wie da rumgepöbelt und sich gegenseitig beleidigt wird. Sowas gibt es bei uns zum Glück nicht. Und da bin ich auch hinterher und die Leute, die da Stress machen, die werden halt einfach rausgekickt und fertig ist. Da habe ich keine große Hemmschwelle. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Genau, da hat jemand gefragt, 4,80. Da haben wir auch gesagt, naja, Vorsicht, der Markt ist noch stark seitwärts orientiert. Wahrscheinlich geht er eben da oben mal kurz ran und drückt dann direkt wieder nach unten. Und das hat er auch gemacht, wieder zur Seite weggeschoben. Also da einfach ein bisschen aufpassen halt. Seitwärts verlieren die Leute auch immer relativ viel. Wenn sie nicht komplett gegen Trend gehandelt haben, dann bricht ihnen meistens dann sowas noch das Genick. Und deswegen richten sie sich einfach ein bisschen drauf ein. Dann kann er sich schon ein bisschen weniger erwischen. Und gerade zum Freitag müssen sie so und so aufpassen. Die Freitage nehmen gern wieder die Wochengewinne weg. Also wer stolz ist und zufrieden ist mit dem, was er bisher in der Woche gemacht hat, der sollte sich den Freitag halt einfach klemmen und nicht Gier frisst Hirn spielen. Wirklich, das ist immer wieder die gleichen Storys, die ich höre. Deswegen, das ist weg. Gut, wir gucken auch kurz in den Tag rein. Das haben wir besprochen. Hier haben wir, wie gesagt, eine erste rote Tageskerze. Das ist erst mal ein Anfang, aber es ist noch nicht wirklich eine Umkehr, die wir jetzt hier sehen. Hier oben bleibt auch im Tagesbereich. Weiter diese Tiefzone hier, die bleibt interessant um die 11,850. Ich denke, die ist auch sehr transparent für alle anderen. Da kann man auch, egal welche Kurszeiteinheit man guckt, ob, wie ich hier, 8 bis 20 Uhr, ob man nach Xetra guckt, Overnight, die Dinger, die haben sie alle. Das heißt, das ist schon eine populäre Zone, die wahrscheinlich auch viele größere mit auf dem Schirm haben. Die wäre attraktiv, wenn sie noch kommt. Sie muss nicht zwingend kommen. 200 Tage, wir stehen im zweiten Tag in Folge drüber, haben allerdings erst einen Tag eine grüne Tageskerze gehalten. Wir konnten keine Anschlusskäufe machen. Das heißt, wir bremsen unseren Trend gerade aus. Eine Trendumkehr haben wir hier im Tagesschart noch nicht. Dafür müsste mal eine lange rote Kerze kommen. Aber, ne, nix aber. Das ist erst mal noch stabil zu werden. Also nach so einer Kerze kann auch nochmal eine grüne hinterher kommen. Wäre nicht ungewöhnlich. Kommt aber eine rote, muss man langsam auch mal ein bisschen gucken, dass man unten die Rücklaufziele ein bisschen ins Visier nimmt. Gerade auf Tagesebene wäre das dann hier die 200-Tage-Linie. Wäre aber eben auch dann hier unten diese Ausbruchsniveaus, die dann eben für Rückläufe nochmal ganz interessant wären. Gut, also das soweit. Ja, müssen wir nichts anpassen. Hier fehlt noch eine lange rote Tageskerze. Und da kann auch eine grüne kommen. Also wirklich, der ist so smooth runter zum Freitag. Eigentlich ist er mir schon fast zu langsam runter, zu sehr seitwärts. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich meine, wenn er das zu lange macht, das seitwärts, wenn er das wirklich dann über eine Woche, 10 Tage hinzieht, dann kann das auch nach unten ein bisschen anteasern. Aber das hier, das muss man mit Vorsicht nehmen. Einfach, falls das gleich ist, was wir die ganzen letzten Tage immer wieder hatten. Und wer sagt, naja, das hat er das letzte Mal schon gemacht, das würde er jetzt nicht machen. Der wurde die letzten Male schon immer wieder bestraft. Weil er trotzdem immer wieder das Aufwärtsgap gebracht hat und dann angezogen hat. Also manchmal funktioniert halt, also eigentlich ist es tatsächlich auch an der Börse so, das, was offensichtlich ist, funktioniert tatsächlich öfter, als dass es nicht funktioniert. Und viele stehen dann immer da und sagen, ja, das ist zu offensichtlich, das ist zu offensichtlich. Genau das passiert dann halt. Von daher, Kopf zu und einfach handeln, was sie sehen, was kommt. Also hier ein bisschen aufpassen, das ist noch nicht so, das ist jetzt nicht unbedingt eine bärische Vorlage. Also es ist jetzt keine, er hat jetzt nicht das Chartbild auf negativ gekippt, mit dem, was er gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen. Dafür fehlen einfach ein paar Kriterien. Mal gucken, ob man die noch kommt. Wenn nicht, wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Viel Erfolg zum Freitag trotzdem. Und wie gesagt, nehmt sich das ruhig zum Herzen, mit dem mal einen Tag Pause machen. Das ist, die, die das machen, die sagen immer, sie haben es nicht bereut. Von daher, nehmt sich das ruhig zum Herzen. Also, insofern, ciao.